Hi und herzlich willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich heiße Sarah Heinen und bin Coach und Teacher für Selbstliebe, Selbstversorge und Selbsterkenntnis. Mit meiner Arbeit eröffne ich dir den Weg, dich selbst leiten und lieben zu lernen, um aktiv ein Leben zu erschaffen, das mehr und mehr deinem wahren Selbst entspricht. Im Neuanfang-Podcast inspiriere ich dich, neugierig deinen magischen inneren Kern kennenzulernen und authentisch auszudrücken. Meine Gäste und ich zeigen dir, dass es sich lohnt, mutige Neuanfänger zurück zu deinem wahren Selbst zu machen, um dein Sein mehr zu lieben und deine Bestimmung zu leben. Denn damit trägst du einen wertvollen Teil zu der gerechten, erfüllten und friedlichen Welt bei, von der ich weiß, dass sie möglich ist und die wir nur gemeinsam erschaffen werden. Jeder Moment ist die Chance für einen Neuanfang mit dir selbst, für dein Leben und uns alle. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und ich möchte in dieser Episode gerne ein Bild mit dir teilen, das mich gerade ganz besonders unterstützt. Denn ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es eine knappe Woche her, dass Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat. Und ich merke bei mir selber und merke natürlich auch mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass das einen ganz enormen Effekt auf uns alle hat, aus den verschiedensten Gründen. Und auch, wenn die meisten von uns, zumindest die, die das jetzt hier hören, sehr wahrscheinlich für den Moment sich in Sicherheit befinden. Denn so gibt es nicht nur in der Ukraine, da natürlich gerade ganz besonders, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt, dort, wo weniger Aufmerksamkeit hingerichtet wird, unglaublich viele Menschen, denen das eben nicht so geht, denen das nicht gewährt ist, in Sicherheit zu sein. Und ich merke persönlich, dass ich in diesen Momenten immer wieder auf Bilder zurückgreife, die mich in meinem Vertrauen in die Menschheit, die Zukunft und das Leben unterstützen. Man könnte auch sagen, mein Glaube, meine Form des Glaubens. Und ich bin eben vor einigen Tagen in einem Podcast, den ich angehört habe, über ein Bild gestolpert, was mir gerade hilft, was mich gerade unterstützt, was aber vielleicht auch so ein bisschen deutlich machen kann, was jetzt gerade unsere Aufgabe ist. Und das ist vor allen Dingen die Aufgabe der Menschen, die sich in einer privilegierten Position befinden, so wie ich. Und sehr wahrscheinlich auch du, wenn du jetzt gerade diesen Podcast hörst. Und bevor ich dieses Bild mit dir teile und meine Gedanken dazu, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin gerade ganz besonders dankbar, nicht nur für meine Sicherheit, in der ich mich gerade befinde, sondern auch für die Community, die ich um mich herum habe, die ich hier gerade kreiere. Ich bin ja im Moment in Spanien, werde für den Sommer aber nach Deutschland zurückkehren. Und jetzt gerade entwickelt sich hier einfach ganz, ganz viel mit den Menschen, die ich schon kennengelernt habe und neue Menschen, die dazukommen. Und es formt sich so langsam das, was ich seit Jahren als Vision habe, dass ich einfach in der Nähe von Menschen lebe, mit Menschen zusammen meine Freizeit verbringe, mich gegenseitig inspiriere, die ja auf einem ähnlichen Weg sind wie ich, die ähnlich denken wie ich und eine Community, in der wir uns eben gegenseitig unterstützen und befruchten. Und wir werden morgen Abend hier bei mir zu Hause das erste Mal ein Women Gathering haben. Das heißt, es wird ein reiner Frauenkreis sein. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir den gestalten. Das werden wir gemeinsam entscheiden. Aber ich freue mich sehr darauf, mit den Frauen zusammenzukommen. Und ich weiß, dass jeder Einzelne irgendwas beizutragen hat in diesem Kreis. Und ja, ich bin einfach unglaublich dankbar für das, was hier gerade entsteht. Und habe das sehr, sehr lange immer auf meinem Vision Board gehabt. Und hier wird es jetzt langsam Realität. Und das ist natürlich gerade auch eine riesengroße Unterstützung. Ja, und damit kommen wir zur Episode, beziehungsweise ich möchte vorweg noch einen kleinen Disclaimer einbauen. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Episode, weil ich werde in dieser Episode eher aus einer Metaperspektive auf die Situation schauen. Es geht nicht speziell um den Angriff von Putin auf die Ukraine. Das war jetzt nur der Auslöser für diese Episode. Sondern es geht ganz grundsätzlich über all das, was in unserer Welt gerade, ich sage jetzt mal, schiefläuft, Gelinde gesagt. Und ich schaue eben aus dieser Metaperspektive darauf. Und das kann ich nur, weil ich eben, wie ich es eben schon gesagt habe, privilegiert bin. Und dass ich aus dieser Metaperspektive auf die Situation schaue, heißt nicht, dass ich kein Mitgefühl habe, dass ich nicht in Solidarität lebe und auch Dinge tue, die ich vielleicht nicht immer unbedingt hier im Podcast teile oder auf Instagram mich informiere oder aktiv werde. Darum soll es jetzt hier einfach in dieser Episode nicht gehen. Und mir ist es genauso wichtig, dass es nicht Spiritual Bypassing ist. Es geht hier nicht darum, auf diese Meta-Ebene zu gehen, um irgendetwas zu negieren, um unter den Teppich zu kehren oder vermeintlich drüber zu stehen, dass gerade Menschen ihr Leben verlieren. Dass Menschen um ihr Leben fürchten, dass Familien auseinandergerissen werden. Dass Menschen alles, was sie sich in ihrem Leben aufgebaut haben, verlieren. Und alle anderen unfassbar erschütternden und wütenmachende Dinge, die passieren. Ich möchte nicht mit dieser Meta-Episode irgendetwas davon schmälern, klein machen oder eben, wie gesagt, verleugnen. Und es geht mir genauso wenig darum, mit dieser Episode, wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen unbequem wird, dir in irgendeiner Form Angst zu machen, beziehungsweise dir ein schlechtes Gewissen einzureden. Das macht überhaupt keinen Sinn, sondern es geht mir vielmehr darum, dich aufzurütteln, dich wachzurütteln, dich auch zu inspirieren, dir vielleicht eben mit diesem Bild auch etwas an die Hand zu geben, was dir ein bisschen mehr Vertrauen geben kann. Mir persönlich gibt es Vertrauen. Du schaust, was mit dir resoniert, auch wenn es vielleicht unbequem ist an der einen oder anderen Stelle, weil ich dich vielleicht mit irgendwas erwische. Wo du eigentlich weißt, was zu tun wäre, aber es nicht tust. Und ich möchte dich bitten, dass du auch deine eigenen Grenzen respektierst. Wenn du jetzt gerade völlig fertig bist, wir sind immer noch in einer Pandemie und jetzt kommt das on top. Und es ist ja nicht so, dass auf dem Rest der Welt Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Wenn du jetzt gerade die Energie nicht hast, die Ressourcen nicht hast, egal welche Ressourcen, ob es um finanzielle, energetische Ressourcen, mentale Ressourcen geht, zeitliche Ressourcen oder was auch immer. Mein einziger Wunsch ist, sei ehrlich zu dir. Und wenn die ehrliche Antwort ist, ich habe gerade nicht die Kraft, irgendetwas zu tun, dann ist das vollkommen in Ordnung. Kenn deine Grenzen und sorge gut für dich. Das ist mir super, super wichtig. Sonst würde ich nicht zum Thema Selbstversorge arbeiten. Und als letzter Punkt dieses Disclaimers. Ja, ich weiß, das Problem sind die Systeme und das wird Teil dieser Episode sein. Das Problem sind nicht die einzelnen Menschen, denn es gibt unglaublich viele Menschen, die gerne etwas verändern möchten, sich aber immer wieder damit konfrontiert sehen, dass es Systeme gibt, die das verhindern. Und ich glaube, dass wir Teil dieser Systeme sind und deshalb ist auf jeden Fall alles immer bei uns anfängt. Das heißt, ich möchte die Systeme nicht negieren. Die gibt es und die sind, wie gesagt, auch Teil dieser Episode. Und ich glaube, jede, jeder Einzelne von uns kann etwas tun, um Veränderungen zu bewirken. Der Fokus dieser Episode ist dieses Bild, was ich gleich mit dir teile und meine Gedanken dazu. Es geht nicht so sehr darum, wie du dich in herausfordernden Situationen selbst unterstützen kannst. Ich habe im letzten Sommer, als die Taliban Afghanistan eingenommen haben, eine Episode zum Thema Weltschmerz gemacht. Und da sind Tipps drin, wie du dich in einer solchen Situation selbst unterstützen kannst. Und deshalb werde ich dir die natürlich in den Show Notes verlinken. Und damit jetzt finally zu dem Bild, was ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar gehört habe ich das in einem Interview mit Marianne Williamson im Ritual Podcast. Das ist ja einer meiner Lieblings-Podcasts, den habe ich auch hier immer wieder schon mal erwähnt. Ich werde natürlich die entsprechende Episode auch in den Show Notes verlinken. Marianne Williamson ist eine spirituelle Lehrerin und Autorin, die zahlreiche Bücher und auch Bestseller geschrieben hat. Und die 2020 in den USA auch als Präsidentschaftskandidatin an den Start gegangen ist. Und die hat in diesem Podcast ganz, ganz am Ende ein Bild verwendet, nämlich das Bild des Immunsystems. Als Bild dafür, welche Entwicklung wir gerade kollektiv durchlaufen. Und ich werde mal zitieren, was sie gesagt hat. I believe there is an immune system in civilization. And the immune cells are awakening. Right now we are assigned to the area of the wound, where we can best make a difference. Also zu deutsch übersetzt ungefähr, ich glaube, dass es ein Immunsystem in der Zivilisation gibt und die Immunzellen erwachen. Gerade werden wir dem Bereich der Wunde zugewiesen, wo wir am besten einen Unterschied machen können. Und sie hat dann noch so ein bisschen darüber gesprochen, was sie damit meint, wie sie das sieht. Und ich habe diese Idee mal genommen, dieses Bild und habe das für mich ein bisschen weiter gesponnen. Und für ein einfacheres Verständnis ersetze ich dieses Bild der Wunde jetzt durch ein Bild der Erkältung und das Immunsystem. Und bitte beachte auch, ich bin keine Medizinerin. Ja, das heißt, das ist hier ein Bild. Es geht nicht um Korrektheit, sondern es geht vielmehr darum, wie wir auch so einen Prozess erleben. Und eine Erkältung kennt halt jeder von uns. Das heißt, du stellst dir jetzt mal vor, du fängst dir einen ganz popeligen Erkältungsvirus ein. Ich weiß, wir haben in den letzten zwei Jahren mehr über andere Viren gesprochen, aber stell dir einfach vor, ganz popeliger Erkältungsvirus. Und in den ersten Stunden wirst du erstmal nichts davon merken. Dein Immunsystem ist sofort in Alarmbereitschaft, beziehungsweise geht sofort an die Arbeit. Aber du kriegst gar nichts davon mit. Und das Immunsystem hat da verschiedene Eskalationsstufen, die quasi aufeinander aufbauen. Und ich musste, als ich mir über dieses Bild Gedanken gemacht habe, an diese Serie denken, eine Zeichentrickserie. Wenn du ungefähr mein Alter bist, hast du die vielleicht auch geschaut. Die hieß, es war einmal das Leben, in der es eben darum ging, welche Prozesse in unserem Körper zum Beispiel passieren, wenn wir verletzt sind oder wenn wir eine Erkältung haben. Und ich habe immer dann sofort dieses Bild von den kleinen Männchen im Kopf, die wie irre durch das System, durch die Blutbahnen rasen, um eben ihre Arbeit zu tun. Und das eben zum Beispiel als Immunzellen. Und das Bild, was ich da mit verbinde, ist erstmal vielleicht das Bild von Chaos. Weil ein kleiner Erkältungsvirus, der uns sicher nicht umbringen wird, der ist für unser Immunsystem etwas, was höchste Alarmstufe bedeutet. Weil es eben einen Eindringling gibt, einen Virus. Und diesen Eindringling gilt es abzuwehren. Und dieses scheinbare Chaos oder vermutliche Chaos, ich habe ja auch noch nicht selber in meine Blutbahn reingeguckt in so einem Fall, ist im Endeffekt doch fast eine Symphonie, die gesteuert ist von etwas, was einfach viel, viel mächtiger ist als unser Verstand. Und wenn wir dahin gehen müssten, wenn wir ein Erkältungsvirus haben, das erstmal mit unserem Verstand zu bemerken und dann mit unserem Verstand zu entscheiden, was denn zu tun wäre, dann glaube ich nicht, dass wir die Erkältung so einfach überwinden würden. Sondern da gibt es einfach eine Intelligenz in uns, in unserem Körper, man kann vielleicht auch sagen im Universum, die viel, viel mächtiger ist als unser Verstand. Und erst wenn dann das Virus erfolgreich gesunde Zellen angegriffen hat, beziehungsweise in gesunde Zellen eindringt, dann bekommst du Symptome. Dann läuft die Nase oder dann schwellen deine Schleimhäute, du bekommst Husten und so weiter und so fort. Und am Anfang von der Erkältung sind die Symptome vielleicht noch gar nicht so stark und du machst einfach weiter wie bisher. Gehst zur Arbeit und bewältigst irgendwie weiter deinen Alltag und sagst, ach ja, ist nur eine Erkältung, geht schon wieder weg. Und das Virus, das verbreitet sich aber immer weiter, das kämpft immer weiter und das setzt alles daran, seinen Plan zu verfolgen, nämlich sich zu vermehren. Und das Immunsystem wiederum kämpft auch weiter, zündet die nächsten Eskalationsstufen. Und zu irgendeinem Zeitpunkt haut es dich vielleicht so komplett um. Also zum Beispiel bekommst du vielleicht Fieber, was auch eine Immunreaktion ist. Und erst dann merkst du, oh, vielleicht sollte ich mich doch mal ins Bett legen. Dann gönnst du dir endlich Ruhe. Und in dem Moment, wo du dir diese Ruhe gönnst und dein Immunsystem eben nicht mehr vielleicht auch noch an fünf anderen Fronten kämpfen muss, weil du in der Stadt bist und ungesunde Luft einatmest, weil du Unmengen an ungesundem Essen isst oder so, da ist ja überall dein Immunsystem ein Stück weit auch beteiligt, beziehungsweise dein gesamtes körperliches System. Wenn du dir die Ruhe gönnst, kann das körperliche System sich auf die Arbeit fokussieren, die jetzt gerade am wichtigsten ist, nämlich diesen Virus wieder loszuwerden. Und ein Stück weit hat eben dann dein Verstand, der ja vorher versucht hat, dir zu erzählen, ja, wir müssen weitermachen und das ist doch gar nicht so schlimm und stell dich nicht so an, du musst dich jetzt dafür nicht ins Bett legen oder so. Ja, dieser Verstand, der hat die Kontrolle vermutlich gezwungenermaßen aufgegeben. Und damit kann das Immunsystem endlich richtig arbeiten. So, soweit dieses Bild oder diese Geschichte. Und jetzt möchte ich dich Schritt für Schritt damit reinnehmen, wie ich dieses Bild für mich selbst gerade nutze. Nicht das erste Mal, aber ich habe es jetzt mal intensiv sozusagen durchdekliniert und teile es jetzt mit dir, um das, was in unserer Welt nicht nur jetzt gerade aufgrund der aktuellen Situation passiert, sondern auch das, was seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich in Gange ist, was aber sich gefühlt eben immer weiter zuspitzt. Denn vielleicht hast du auch dieses Gefühl, dass zwar immer die Hoffnung da ist, oh, wann wird es denn jetzt endlich mal wieder einfacher? Aber im Endeffekt wird immer noch eins darauf gesetzt. Krise auf Krise auf Krise, die verschiedensten Formen, aber es akkumuliert sich. Es wird echt viel. Es ist echt viel. Und in diesem Bild des Immunsystems sehe ich den Virus stellvertretend für alte Systeme und Denkweisen, das alte Paradigma. Das ist das politische System, das wirtschaftliche System, das Finanzsystem, vielleicht sogar das Schulsystem. Alles Systeme, in denen Profit wichtiger ist als die Gesundheit unseres Planeten. Systeme, in denen eher Zerstörung hingenommen wird, als das aus Menschlichkeit gehandelt wird. Systeme, in denen Gewalt herrscht statt Mitgefühl. Und das alles, ja, könnte man wahrscheinlich auch zusammenfassen als die toxischen Auswirkungen des Patriarchats. Auch wenn ich dieses Fass jetzt hier nicht im Detail aufmachen werde. Mir geht es einfach darum, das Virus sind die alten Systeme, die alten Denkweisen. Die Symptome, das, was wir bei der Erkältung als laufende Nase, Husten und so weiter wahrnehmen, das sind unsere Klimakatastrophe, soziale Ungerechtigkeit, Hunger, kriegerische Auseinandersetzungen beziehungsweise Angriffe, alle Formen von Ismen, also Rassismus, Sexismus, Faschismus, Ableismus und, 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 und. Und die Immunzellen, die die Arbeit machen, um das zu verändern, um zu gesunden, um die Zivilisation dahin zu bringen, zu gesunden, das sind wir. Jede, jeder Einzelne von uns. Und zwar jeder Mensch auf seine Art und mit seinem individuellen Ruf. Ja, Marianne Williamson hat gesagt, wir werden zu der, zu dem Bereich der Wunde gerufen, wo wir den größten oder am besten einen Unterschied machen können. Und insofern kann dieser Ruf als Immunzelle, aktiv zu werden, für jeden von uns anders aussehen. Aber ich glaube, dass jeder Mensch einen Beitrag zur Veränderung der Systeme leisten kann, indem wir nämlich die Dinge in uns ändern. Und dann auch die Kraft haben, andere dabei zu unterstützen. Und da werde ich, wie das aussehen kann, da werde ich gleich noch genauer darauf eingehen. Und ich glaube eben, dass die Medizin, die wir brauchen, vor allen Dingen erst mal das Bewusstsein ist. Das Bewusstsein darüber, was da draußen passiert, was in diesen Systemen passiert, dass es diese Systeme überhaupt gibt. Wie die ticken, wie die funktionieren, vielleicht ein Stück weit auch, wie die entstanden sind, weil das hilft auch den, ja, die Veränderung zu unterstützen, wenn wir verstehen, wo die Sachen herkommen. All die Dinge zu sehen, auch die Augen dafür aufzumachen. Und was da entgegen unserer, in meiner Überzeugung eigentlich kooperativen Natur, die wir Menschen haben, weil wir sind Teil der Natur. Und wenn du dir die Natur anschaust, dann ist die kooperativ, dann handelt die immer nachhaltig. Und ja, wir Menschen verhalten uns oder haben uns auch in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten ganz anders verhalten. Und Nachhaltigkeit ist hier nicht nur auf Umwelt bezogen, sondern zum Beispiel auch auf soziale Zusammenhänge. Und der zweite Aspekt, wo wir Bewusstsein entwickeln dürfen, ist das Bewusstsein für unsere eigene Wahrheit, für unsere eigene innere Stärke. Ja, dafür, was wir eigentlich überhaupt leisten können, wozu wir in der Lage sind, was wir beitragen können, dafür dürfen wir uns unser Selbst bewusst werden. Ja, das heißt, es geht um Bewusstsein im Außen, also was passiert da draußen und inwiefern bin ich vielleicht auch Teil davon? Und was passiert in meinem Innen, welche Ressourcen habe ich, um eine Veränderung mit zu unterstützen? Und der Umstand, dass du diesen Podcast hörst, dass du vielleicht Bücher liest, dass du andere Podcasts hörst, dass du Seminare machst, Workshops, vielleicht Coaching, Therapie, was auch immer, sagt mir, dass du auf jeden Fall ein Interesse daran hast, deine Rolle als Teil des Immunsystems der Zivilisation einzunehmen. Dass du vielleicht dir die großen Fragen stellst, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Das ist alles Teil dieses Weges, Teil Bewusstsein zu erlangen, um dann wiederum eben in deine Rolle als Teil des Immunsystems reinzuwachsen. Und warum hilft jetzt dieses Bild des Immunsystems mir persönlich? Ich sehe, dass die Symptome eben immer intensiver werden, das, was ich gerade gesagt habe, Krise auf Krise auf Krise. Es wird einfach immer unbequemer, es wird immer gefühlt dramatischer und größer und es passieren immer mehr Dinge, die wir noch wenige Wochen oder Monate vorher für unvorstellbar gehalten haben. Hättest du vor der Pandemie gedacht, dass so etwas in deiner Lebenszeit auf diesem Planeten passieren würde? Sehr wahrscheinlich nicht. Und die Sichtweise, dass diese Symptome, genauso wie bei deiner Erkältung, wo die einfach immer intensiver werden müssen, bis du dich endlich ins Bett legst, auch kollektiv immer intensiver werden, damit die Menschen aufwachen. In diesem Fall nicht so sehr, dass sie sich ins Bett legen, sondern mehr, dass sie eben zu Bewusstsein gelangen. Bewusstsein, was unsere Medizin ist. Weil nur wenn man aufwacht und dieses Bewusstsein erlangt, kann man eben auch Teil der Lösung sein und seine Rolle im Immunsystem einnehmen. Und ich glaube eben, zumindest an den meisten Tagen, natürlich habe auch ich Momente, wo ich daran zweifle, aber an den meisten Tagen bin ich überzeugt davon, dass dieser kollektive Aufwachprozess, den wir gerade durchmachen und die Intensität auch der Symptome, denen wir ausgesetzt sind, dass das schon etwas ist, was genauso wie im Immunsystem vielleicht außen nach Chaos aussieht, was aber in Anführungsstrichen einem Plan folgt, beziehungsweise was ein Stück weit von einer höheren Intelligenz gelenkt wird. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Schau, was mit dir resoniert. Aber ich glaube, dass es eben kein Zufall ist, dass immer mehr Menschen sich eben diese großen Fragen stellen, die ich gerade schon gesagt habe. Ja, wer bin ich? Was will ich? Wie kann ich dienen? Wie kann ich für andere Menschen da sein? Wie kann ich etwas verändern? Das sind Fragen, die man sich natürlich nur stellen kann, wenn man sich in einer gewissen privilegierten Position befindet. Aber ich merke eben, dass immer mehr Menschen sich auch bewusst mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass Spiritualität wieder mehr an Popularität gewinnt, dass Coaching, persönliche Weiterentwicklung, aber auch so Dinge wie Astrologie und Human Design sich immer weiter verbreiten und dass immer mehr Menschen diese Dinge auch nutzen, um eben zu diesem Bewusstsein zu kommen. Ja, als diese Dinge als Tool, als Unterstützung nutzen, für ihren eigenen Aufwachprozess und den Prozess, da reinzuwachsen, Teil der Lösung zu werden. Und damit sozusagen ihr Puzzleteilchen zu erfüllen. Im Zusammenhang mit Human Design benutze ich ja häufig das Bild von Karen Curry-Parker, die halt sagt, wir müssen nicht alle gleich sein, sondern jeder ist das individuelle Puzzleteil, das es braucht, damit wir alle zusammen ein großes, ganzes Bild ergeben. Und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, eben sich zu verstellen oder anders sein zu wollen, so wie die anderen sein zu wollen, sondern es geht vielmehr darum, wir selbst zu sein. Und dann erfüllen wir ganz automatisch unsere Rolle im großen Gesamtbild. Ja, und der Virus, diese alten Systeme, von denen ich gesprochen habe, die für die Symptome verantwortlich sind, die eben zu immer drastischeren Maßnahmen greifen, um ihre Interessen durchzusetzen, genauso wie der Virus, der Erkältungsvirus in unserem Körper. Die greifen zu Dingen, die für mich von außen häufig wie Verzweiflungstaten aussehen, die aber dramatischerweise unfassbar schreckliche Folgen für Menschen haben, für Menschenleben haben. Und dieses, im Englischen sagt man so passend, das finde ich irgendwie am besten in diesem Zusammenhang, they're kicking and screaming. Wie so ein Kind, ein wütendes Kind, was du festhältst und was einfach in alle Richtungen kratzt, beißt, tritt, schlägt, was auch immer, aus Verzweiflung heraus. Das ist das, was ich wahrnehme. Und wie am Anfang im Disclaimer gesagt, ich sehe und spüre in meinem Körper, wie schlimm die Folgen für die einzelnen Menschen sind, die, ob es jetzt eben in der Ukraine, ob es in Gebieten ist, wo der Klimawandel, wo die Klimakatastrophe schon drastische Auswirkungen hat oder Menschen, die von sozialen Ungerechtigkeiten betroffen sind oder was auch immer. Ich spüre, dass diese Menschen leiden und ich sehe, dass diese Menschen leiden. Und dementsprechend ist meine Interpretation als Verzweiflungstat oder als Kicking and Screaming dessen, was die alten Systeme beziehungsweise die Menschen, die am Kopf dieser Systeme sitzen, dort tun. Es ist keine Negierung der Auswirkungen dieser Taten. Und die Frage, die ich glaube, wir uns stellen dürfen, ist eben, braucht es tatsächlich den Moment des totalen Zusammenbruchs? Wenn wir hier nochmal zu dem Erkältungsbild gehen, braucht es den Moment, wo wir 40 Fieber haben als Zivilisation und zusammenbrechen, bevor wir checken, dass wir etwas anders machen müssen. Im Bild der Erkältung uns ins Bett legen und im Bild der Zivilisation im jetzigen Zustand aktiv zu werden. Kann der Tipping Point, der Punkt, wo es ins Positive kippt in Anführungsstrichen oder rüberschwenkt, im Immunsystem der Zivilisation, in dem Tipping Point, wo die wachen Immunzellen, die Menschen, die Menschen, die für Veränderung losgehen und einstehen, stärker sind als die alten Systeme, als das Virus? Kann dieser Tipping Point früher kommen, indem wir uns gegenseitig mobilisieren, unterstützen, motivieren, indem wir in die Kooperation gehen, statt uns auf unsere kleinen Kriege in uns drin oder in unserem Umfeld zu fokussieren? Ja, diese Systeme, die fühlen sich unglaublich mächtig an. Aber wir sind eben auch Teil dieser Systeme. Mit dem, was in uns geschieht, mit unseren Denkweisen, über die wir uns häufig gar nicht bewusst sind, dass sie Teil dieser alten Systeme sind, sind wir Teil des Systems. Und diese Systeme können nur existieren, weil genug Menschen bewusst oder unbewusst an die Narrative, an die Storys, die uns diese Systeme erzählen, glauben. Wir, die wir heute leben, haben die allermeisten von diesen Systemen nicht initial kreiert. Aber wir tragen dazu bei, sie zu erhalten. Und es geht dabei nicht darum, dass uns eine Schuld trifft, sondern es geht darum, in die Verantwortung zu kommen. Genauso wie du nicht schuld bist, dass du ein Erkältungsvirus dir eingefangen hast, aber es ist deine Verantwortung, dafür zu sorgen, die Erkältung auszukurieren. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass jeder Mensch und ganz besonders die, die in einer privilegierten Position sind, eine Verantwortung tragen, die jede, die jeder Einzelne im Rahmen seiner Ressourcen und Grenzen übernehmen kann. Und sich fragen kann, wie kann ich oder wie können wir einander in Gemeinschaft dienen? Wie können wir in Kooperation statt in Krieg gehen? Und das gilt eben in unserem ganz kleinen Umfeld. Da fängt es an, in uns drin fängt es an. Es fängt damit an, dass du aus dem Opferdenken und aus dem Mitleid rauskommst. Dass du in die Selbstverantwortung für dein Fühlen, Denken und Handeln kommst und ins Mitfühlen. Und zu beidem gibt es schon eine Podcast-Episode. Zu Mitleid und Mitgefühl habe ich in der letzten Episode was erzählt, in der es eigentlich um Selbstmitgefühl geht. Aber ich erkläre auch den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl und inwiefern das eine Sinn macht und das andere nicht. Und auch zum Thema Opferrolle, Opferhaltung gibt es schon Podcast-Episode. Komm in die Selbstverantwortung, hör auf zu jammern, zu meckern, sondern komm in die Selbstverantwortung für dein Fühlen, Denken und Handeln. Und dabei geht es nicht nur darum, Solidarität und Aktivismus zu zeigen in solchen Momenten, wie jetzt gerade in der Ukraine, sondern es geht auch darum, wenn du über dein eigenes Leben meckerst, wenn du lieber über deinen Job meckerst, als für das loszugehen, was dir wirklich wichtig ist. Geh los für das, was dich bewegt. Ganz egal, was es ist, denn das ist deine Wahrheit. Auch wenn das, was dir was bedeutet, wie zum Beispiel die Klimakatastrophe oder eben dann der Umweltschutz, wenn das dir so groß erscheint, dass du glaubst, keinen Unterschied machen zu können. Doch, du kannst einen Unterschied machen. Und warte nicht auf den richtigen Moment, denn der wird nie kommen, du wirst nie bereit sein oder dich ready fühlen oder so. Der wird nicht kommen. Und du wirst auch Fehler machen. Das gehört dazu, daraus lernst du. Es ist tausendmal besser, loszugehen, Fehler zu machen, als untätig rumzusitzen. Und wenn du keine Ahnung hast, was dich bewegt, wofür du losgehen willst, dann schau mal, was macht dich wirklich wütend, was macht dich wirklich traurig, wenn du dich in der Welt umschaust? Oder umgekehrt, schau, was sind deine geheimen Träume, Sehnsüchte, Ideen, von denen du eigentlich weißt, dass sie da sind, die du aber immer als unrealistisch abtust und wegschiebst. Ich glaube, dass es die nicht ohne Grund gibt und dass die nicht ohne Grund bei dir, in deinem Herz, in deinem Verstand gelandet sind, sondern weil du gerufen wirst von diesen Ideen, Träumen und Sehnsüchten oder aber auch der Wut oder der Traurigkeit oder welche Emotionen auch immer da sind, wenn du dir gewisse Umstände auf der Welt anschaust. Und das ist der Weg, wie du in die Rolle als Immunzelle in diesem Immunsystem der Zivilisation reinkommst und schließ dich mit anderen, in Anführungsstrichen, Immunzellen zusammen. Schau, wo findest du Menschen, die für die gleiche Sache losgehen wie du? Zusammen sind wir immer stärker und kraftvoller. Und die Dinge, denen wir als Zivilisation gegenüberstehen, die kann niemand alleine lösen. Aber jeder kann einen Unterschied machen. Und auch hier nochmal als Wiederholung, auch wenn ich es am Anfang schon in Disclaimer gesagt habe, das alles gilt, wenn du die Kapazität hast. Achte weiterhin deine Grenzen und Bedürfnisse. Geh nicht über das, was du leisten kannst, hinaus. Wenn du müde und fertig bist, wenn du vielleicht depressiv bist oder mit anderen mentalen oder emotionalen Themen zu kämpfen hast, wenn du einfach gar nicht weißt, wie du überhaupt deinen Alltag mit deiner Familie auf die Reihe kriegen sollst. Dann fang da an und nicht bei den großen Themen der Welt. Denn mit dem Frieden in dir selbst, mit dem Frieden in deinem Alltag, mit dem Frieden in deinem Umfeld, mit dem Frieden in deiner Familie, in deiner Firma leistest du einen Beitrag. Weil du Teil des Systems bist. Und wenn der Friede aus dem System, aus dem Inneren des Systems herauskommt, dann verändert sich auch das System. Dann verändert sich unsere Zivilisation, wenn wir uns verändern als Individuum. Und lass dich nicht von deinem Unterbewusstsein foppen. Du hättest nicht die Macht oder nicht die Energie, für eine Veränderung loszugehen. Ich habe ein super interessantes Instagram Live gesehen von der Kaya Andrea. Das werde ich auch mal raussuchen und in die Show Notes packen. Dass es eine Zeit gegeben hat in unserer Geschichte, in der es schick war, aufzugeben und schwach zu sein. Die Zeit, wo Frauen in Korsetts rumgelaufen sind, da sind sie nicht nur ohnmächtig geworden und umgekippt, weil sie die Korsetts getragen haben, sondern auch, weil sie es sich leisten konnten. Weil es schick war, zusammenzubrechen. Weil man das eben machen konnte, weil einer zum Retten da war und weil man Zeit für sowas hatte, im Gegensatz zur Bevölkerung, die ums Überleben gekämpft hat. Also es gibt super spannende geschichtliche Zusammenhänge auch, beziehungsweise Dinge, die auch epigenetisch an uns weitergegeben sind. Das meine ich auch damit, dass wir zum Beispiel eine solche Denkweise, wir hätten nicht die Kraft, wir wären ohnmächtig, das fortbestehen lassen und es gar nicht wissen. Und damit dann Teil eines Systems oder eines alten Paradigmas sind. Ich werde dir dieses Live von der Kaya Andrea, die das deutlich besser erklären kann als ich, auch noch in den Show Notes verlinken. Es geht darum, dass du deine Wahrheit erkennst und sprichst. Es gibt so viele Wahrheiten auf dieser Erde, wie es Menschen gibt. Es geht um deine Wahrheit. Es geht nicht darum, dass du herausfindest, was die universelle Wahrheit ist. Es gibt keine universelle Wahrheit. Es gibt natürlich etwas, was real da draußen passiert. Aber was das bedeutet oder was du es bedeuten lässt, ist deine Wahrheit. Und es geht darum, dass du ehrlich mit dir bist, dass du im Kleinen anfängst, deine Wahrheit zu sprechen. Dir selbst gegenüber, deinem Umfeld gegenüber. Fang an für dich einzustehen, steh auch für andere ein. Das befruchtet sich gegenseitig. Wenn du für dich selbst einstehst, entsteht daraus eine Stärke, die dich darin befähigt, auch für andere einzustehen. Und umgekehrt, wenn du merkst, hey, ich kann für andere einstehen, kannst du wiederum auch leichter für dich selber einstehen. Auch wenn all das vielleicht Angst macht. Aber wir haben, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, lege ich meine Hand dafür fast ins Feuer, hast du das Privileg, dass du losgehen kannst, dass du deine Wahrheit sprechen kannst, ohne dass du damit dein Leben aufs Spiel setzt. Und wenn wir uns die Bilder aus Russland anschauen, wo Menschen auf die Straße gehen und gegen ihr Staatsoberhaupt demonstrieren und dafür hinter Gittern gesteckt werden oder vermutlich auch Schlimmeres, dann sollte das eine Aufforderung an uns sein, die das Privileg haben, unsere Wahrheit zu sprechen, dies auch zu tun. Deshalb nehme ich diesen Podcast auf. Weil das meine Wahrheit ist. Und es geht nicht immer darum, dass du als Aktivistin losgehen musst. Ja, wenn das deine Wahrheit ist, wenn das dein Ruf ist, dann folge dem. Aber deine Wahrheit zu leben und zu sprechen kann auch einfach sein, deinem Chef zu sagen, dass es nicht okay ist, wie er dich behandelt. Deine Wahrheit kann sein, dass du deiner Familie eingestehst, dass du Hilfe brauchst. Deine Wahrheit kann es so einzigartig, wie du einzigartig bist. Aber fang an, deine Wahrheit zu sprechen und nicht dich selber und dein Umfeld, auch wenn du es vielleicht nicht mit Absicht tust, aber zu belügen. Weil ich glaube, dass diese kleinen, unbedeutenden oder vermeintlich unbedeutenden Lügen, wo wir uns nicht erlauben, uns wir selbst zu sein, dass es die Dinge sind, die uns als Menschheit davon abhalten, wirklich vorwärts zu kommen, die das Immunsystem der Zivilisation davon abhalten, wirklich seine Arbeit zu tun. Und zu guter Letzt mach dich nicht fertig für das, was du nicht tust. Du kannst nicht an allen Fronten unterwegs sein und du kannst auch nicht alle Probleme der Welt alleine lösen. Fokussier dich auf das, wozu du dich gerufen fühlst. Unser ständiger Drang nach Perfektionismus und nach wir müssen das alles schaffen, wir müssen das alles alleine schaffen, das sind alles Denkweisen des alten patriarchischen Systems. Davon dürfen wir uns lösen. Und zum Thema Spricht deine Wahrheit bin ich unfassbar gespannt, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Denn ab Mitte März werden im Human Design die Nodes, also der South Node und North Node, die Mondknoten sind das. Tut nichts zur Sache, was das jetzt im Einzelnen ist, aber die werden von Mitte März bis Ende Juli einen Kanal im Human Design aktivieren, den ich als Teil meines Human Designs immer habe, weil die Transite werden dafür sorgen, dass dieser Kanal bei uns allen aktiviert ist. Das ist der Kanal 2343, der auch Genius2Freak genannt wird, wo es ganz viel darum geht, sein eigenes inneres Wissen, das, wo man gar nicht weiß, wo das herkommt, so Eingebungen, die zu teilen und eben auch seine Wahrheit zu sprechen. Und ich sehe, dass das jetzt schon passiert. Ich sehe einige Menschen, zum Beispiel auf Instagram, die immer schon sehr weit vorne dabei waren, ihre Wahrheit zu sprechen, die aber jetzt noch mal einen Zahn zulegen, die noch mal mehr von den Dingen auspacken, wo sie selber sagen, ich weiß das schon so lange, aber ich habe mich bisher nicht getraut, es zu sagen. Und in diesem Kanal 2343 geht es auch darum, ein Gespür dafür zu haben, wo, bei wem und zu welchem Zeitpunkt diese Wahrheiten, die man ausspricht, auch die Chance haben, zu fruchten und zu landen. Und dann sind es eben Wahrheiten, die nicht mehr so ganz nett sind, sondern dann sind es Ansichten, die andere Menschen von jetzt auf gleich eine komplett andere Perspektive geben können, also das Weltbild um 180 Grad drehen können. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was passiert, wenn jetzt dieser Kanal ab Mitte März aktiviert wird für uns alle. Ich bin gespannt, wer auf der Bildfläche erscheint und seine Wahrheit spricht. Und das kann, wie gesagt, im Kleinen beginnen oder es beginnt immer im Kleinen. Es muss nicht die große Bühne sein. Und das alles ist, ja, meine Einladung, ich hoffe, vielleicht die Motivation, vielleicht ein liebevoller Tritt in den Allerwertesten, in dir selber den Frieden zu finden beziehungsweise zu erschaffen. Deine eigenen Stärken zu erkennen und die zum Einsatz zu bringen als Teil des Immunsystems der Zivilisation. Und wenn du keine Ahnung hast, was deine Stärken sind, dann lass dich spiegeln von so einem System wie der Astrologie des Human Designs, von einem Coach, von einem Therapeuten, von deinem Umfeld, deinen Mitmenschen, deinen Eltern, die Menschen, die schon am längsten kennen. Was glauben die sind deine Stärken? Frag einfach mal nach oder geh in die Selbstreflexion, ins Journaling und frag dich, was kann ich wirklich gut? Was fühlt sich für mich so natürlich und selbstverständlich an, dass ich es gar nicht als Stärke wahrnehme? Wo bekomme ich immer wieder Feedback von anderen, dass ich das so gut kann? Und geh in die Introspektion, sei es jetzt über Journaling, Meditation oder irgendein anderes Tool, um zu erkennen, was ist mein Ruf? Wo fühle ich mich gerufen, als Immunzelle aktiv zu werden? Ist es als Aktivistin? Ist es als Elternteil, der bewusste Kinder erzieht? Ist es in meinem Job, wo ich Veränderung bewirken kann? Ist es vielleicht erst mal in mir drinnen, den Frieden zu finden und zu kreieren? Wo fühlst du dich gerufen? Folge diesem Ruf und dann wirst du in meiner Überzeugung ganz automatisch Teil der Lösung. Denn wenn wir uns die astrologischen Konstellationen anschauen und das, was auch die Human Design Community so sagt, dann wird es noch mal eine Weile intensiver werden. Ich sage das nicht, um dir Angst zu machen, sondern viele Menschen aus den verschiedensten Richtungen sprechen davon, dass wir uns eben aus einem Zeitalter, wo es darum ging, mit Gewalt Menschen zu kontrollieren, in ein Zeitalter bewegen, in dem Veränderung aus innerer Stärke heraus passiert. Von Force zu Power, von Gewalt über andere hin zu innerer Stärke aus jedem Einzelnen heraus. Und dafür dürfen wir uns eben besser kennenlernen, dafür dürfen wir all diese Tools und Systeme als Unterstützung nehmen, wie Astrologie, Human Design, Coaching, Therapie und so weiter und so fort. Ich habe alle möglichen aufgezählt und es gibt noch viel, viel mehr. Denn wir können diesen Körper Zivilisation, wenn wir jetzt noch mal das Immunsystem Bild und den Körper, der eine Erkältung hat, als Bild hinzuziehen. Wir können diesen Körper Zivilisation nicht mit Kontrolle und schierer Willenskraft zur Gesundung führen, sondern das muss aus dem Innen heraus kommen, aus dem Immunsystem heraus. Wenn du bei der Erkältung weitermachst, bist du umfällst oder mit irgendwelchen Mittelchen, nur versuchst die Symptome loszuwerden, aber die Erkältung nicht auskurierst, dann wirst du auch nicht wieder gesund. Dann zieht sich das ewig hin. Und genauso ist es mit uns als Zivilisation. Die Frage ist eben, wie schlimm müssen die Symptome werden, bevor wir als Immunzellen aktiv werden. Und deshalb verstehe ich diese Krise auf Krise auf Krise immer wieder als Einladung. Für mich persönlich, aber auch für uns alle, den Arsch hochzukriegen im Rahmen unserer Ressourcen, Kapazitäten und Möglichkeiten und noch mal der kleine Sight-Hinweis, da ist wahrscheinlich sehr viel mehr, als du dir selber zutraust. Und damit losgehen, unsere Wahrheit sprechen, den Mund aufmachen, laut werden und unsere Stärke als Immunsystem der Zivilisation einzusetzen, auszuspielen, um das System als Ganzes zu heilen. Ich weiß, das sind große Worte, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwer zu greifen sind. Aber es ist diese Meta-Ebene, dieses Bild des Immunsystems, was mir ganz persönlich und das mag für dich anders aussehen, das Vertrauen gibt, dass es eben irgendeine höhere Intelligenz oder Kraft gibt, die, wenn wir unseren Job als Immunsystem ernst nehmen, uns auch zu dieser Gesundung führen wird. Und da kann jeder einzelne einen Beitrag zu leisten. Und es fängt, ich sage es noch mal, in deinem Inneren an. Wie kannst du Frieden in dir selber kreieren? Das fängt schon damit an, wie du mit dir selber sprichst. Ist das eine Sprache des Angriffs und des Kriegs oder ist das eine Sprache der Liebe, die du innerlich mit dir sprichst? Und daraus entsteht alles. Ich habe auch schon eine Podcast-Episode gemacht zu der Frage, kann Selbstliebe die Welt retten? Und meine Antwort ist ja. alles, was daraus erwächst, wird dafür sorgen, dass die Welt gerettet werden kann. So. Und bevor das jetzt hier noch kitschig wird, mache ich Schluss. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, dass du vielleicht ein wenig Stärke oder Motivation aus dieser Episode für dich rausgezogen hast. Achte bitte weiter auf dich und kick auch den Arsch hoch, wenn es dir möglich ist. Egal wie das für dich aussieht, es wird etwas geben, was du tun kannst. Davon bin ich überzeugt. Und vielleicht ist der erste Schritt der Weg in die Shownotes, um zum einen oder anderen Thema noch tiefer einzusteigen, denn da werde ich dir all die Podcast-Episoden verlinken, die ich heute hier erwähnt habe, das Instagram-Live von Kaya Andrea zum Thema Ohnmacht und natürlich auch das Original-Interview mit Marianne Williamson, das mich zu dieser Podcast-Episode inspiriert hat. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen de slash episode 255. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei bist. Wenn die Themen im Neuanfang-Podcast dich schon bereichert haben, kommst du im Team-Neuanfang deinem wahren Selbst noch näher. Das ist meine Mitglieder-Community, wo du in monatlichen Live-Sessions tiefer in deine Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis einsteigst, durch Human Design deine Energie, Potenziale und Lernaufgaben kennenlernst und dich mit Menschen austauschst, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Infos zum Team-Neuanfang findest du unter sarah-heinen.de slash Team-Neuanfang und Sarah wie immer ohne H geschrieben. Und jetzt hab einen wundervollen Tag, mach den Neuanfang und liebe dein sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017